wie er? Warum? Ah, das ist zu schwer, ne? Achso, du hast noch mal abgeschnitten, ok. Bevor ich abgeschnitten hab. Schwer, zu schwer. Wenn wir jetzt gemeinsam jetzt gar nicht der Mods geben, sich die Begrenzung runter, ne? So, und jetzt rückwärts. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Wieso? Ihr wisst, was ihr da tut. Na klar wissen wir, was wir hier tun. Ja, wie immer. Wir sind vom Fachmann. Besonders der Traktorfahrer, gell? Ich bin Weltbester, ich bin verrückwärts damit du siehst. Ich fahr rückwärts Kreis. Noch ein Stück? Muss seitlich oder frontal? Nö, seitlich reich. So, stopp. Schau mal, noch ein Keil. Du bist geil. Ja, also mit zwei Keilen. Ja, langsam, langsam, langsam. Ja, ja, jetzt. Es funktioniert. Aber die kleinen Dinge müssen wir runter tragen. Kalt Keile. Huui. Huui. Und rein schmeißen. Alter. Huui. 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 Und rein schmeißen. Alter. Huui. 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 Keine Ahnung, wir haben jetzt zu Bäumen gefällt. Deiner war neun Euro wert. Huui. Huui. Ich kann nicht schweben. Ist alles gut. Ich kann nur den Tracker abheben. Ich kann nur den Tracker abheben. Ich kann nur den Baumwild einfach. Ich kann nur den Tracker abheben. Ihr müsst einfach nur weiterfahren. Ich kann nur die Astspitze quasi drin aus. Genau. Die, scha-dam. Die, scha-dam. Die, scha-dam. Dann habt ihr alles. Wie viel Fluss haben wir denn jetzt gemacht, Ed? Der Baum hat 1900 gebracht. Huui. Das sind was. Waren wir unserem Baum jetzt hingeliehen gelassen? Keine Ahnung. Da liegt er. Ja. Da liegt er. 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 Ja. Wir nehmen. Runter mit ihr. Ich kipp nicht. Ich kipp nicht. So, das ist unser Baum. Na ne. Schwing da noch die. Was man jetzt einfach gar nicht ließ auf die Falle. Optimal. Gib den. Stützen. so dann wollen wir dass er irgendwie so fällt so irgendwie schräg ich glaube die Ingenieure haben sich bei Stützen was gedacht die sind überflüssig seh ich schon du hältst davon nicht viel ne ich bin mal kurz weg beste Idee ist einfach das Objekt ist zu schwer oh mein Gott also es kommt auch ein bisschen drauf an was quasi drauf steht auf seinem Platz ihr könnt das doch mal mitnehmen hier schaut mal so ganz bringt trotzdem so 10 Euro sehr oh je der ist festgekultet abfahren mach ich oh mit ihm vor dem Gläsiume geben sass er oh Ich bin so schreckt, oh. ja jetzt können wir den langen Stamm holen das lange Ding da oben ja ja ich hoffe der Sascha hat ihn schon vorbereitet hast du den den ich abgebaut hab? mhm ich hab schon mal hinten bisschen was abgedingst was quasi sowieso überstand also entgradet hab ich also wie heißt er denn gerade? so stopp wenden wie man will ich kümmere mich um das Ding was drüber stand warte mal ist ja nichts ich hab nen Weihnachtsbaum extra oben noch nen Astra ah läuft läuft ist fest lässt du drauf mein Gott leer ja das ist halt jetzt es passt schon es passt schon ich bin da jetzt nicht wieder raus ich bin da jetzt nicht wieder raus das Ding ist da einmal jetzt so schön drin und hallo ich denk halt wie ich fand ich fand Ding du warst enterstet ja unten drunter kam ich irgendwie nicht ran also irgendwie mhm ja so genau wieder da dann macht ihr da doch ich hab dich mal bisschen zur Seite geschossen es geht gar nicht fahr mal ein Stück vor bitte aber nicht runter du musst den Gurt lösen dann gehts wieder weiter 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 stopp du musst den Spanggurt zuerst lösen wenn du den Baum nochmal ändern willst wir haben noch nicht festspannt ich muss jetzt erstmal den großen hier haben so nochmal vor bitte stopp ach warum liegen hier so viele Bäume da ist ein Pfarrmänner die tragen das lieber meine Bäume ich bin nur der Fahrer ja also bitte ich krieg einen Mörder bitte ach du bist schuld du bist gefahren ja du unterstütz ihn dabei ja den Baum hast du gut festgemacht naja irgendwie ne komm herunter jetzt baum du ziehst mich ganz schön du bist nicht am Ort mit mir du bist einfach nur falsch gekippt und das war das Problem und daran seid ihr schuld gewesen und du bist echt dafür schön zu fahren mit dem Baum hier du bist da ABA LATEN US GOEN ABA 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 er war gar nicht klar ey ABA ABA ja kommt die zweite Bogen aber wir haben schon ein bisschen Geld verdient wir haben schon 37.000 hey bei mir steht ne 0 hier bist ne 0 also danke so nett heute schwirft ja willkommen bei Mobbingkraft heute aus und weise ja also wenn ihr Modder seid also ihr könnt gerne von uns Schildern machen stellen wir gleich auf einmal stück zurücksetzen bitte mit sprüchen und keine ahnung was das würden wir schon selbst machen weiter 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 stop oh klatsch ruhig vor Panik auf E ähm hallo stützen und es wird nichts mit den zwei hin muss ich den Arm nicht drehen oder so wenn der dran ist ja versuche ich ja gerade ah muss ja mal Unterstützung oder muss mal jemand hinten mit anfassen und den Baum rüberschmeißen das ist das Problem dass man bei dem Wagen die Rohre nicht wegschrauben kann ja wenn ich mach fest ich krieg das Ding schon runter kann man das dann eigentlich bei eurem wo ihr grad damit wickeln seid ja ja den kannst du mal runternehmen das sind sogar ähm zwei Stück übereinander das heißt du kannst ihn halbieren auf sozusagen und das nennt sich rungen rungen die rungen die rungen die rungen die rungen warum kriegen die das hier nicht hin weiß was ist was standardmäßig nicht gibt Wohl da kannst du mal rausnehmen da hier da wo du wo der schwarze in das rote geht da kannst du mal rausnehmen ja rausziehen aha läuft bei euch oder wie wärs wenn ihr einfach jetzt fahrt soll ich den Baum noch weglegen ich glaub der Baum ist wow hallo 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 warten dritten Baum ist weg warte 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 nicht den Baum weg hallo 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 oh Gott alter kann es fahren hallo nimm zwei nochmal schnell mit ich will nicht wissen was da jetzt hat kommt weil der eine Baum der andere Baum hallo 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 das wird nix hallo hallo ja das wird nix hallo mit ausrot herumfahren stellen wir mal die Baum da ab dann kannst Leuchter arrondieren gar nicht so leicht wenn der Trigger keine Power hat hallo vielleicht sind doch die Bäume ein bisschen sperrig hallo 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 aber es sind wirklich wunderschöne 3D Objekte immerhin das Holz geht ja da unten rein hallo ich könnte natürlich das jetzt alles abschneiden da sieht man das was mich klappiert ab ja was siehst du denn weiter hier draußen ab den Dicken auch mal hier fliege ich nicht umgezogen keine Wendemöglichkeit zu finden den auch mal weg hier hä da kriegst du den Baum dann nicht raus schau jetzt weil mich schon dauert noch ein bisschen da müsste mein Trecker nur noch mit allen Vieren wieder auf den Fußpunkt kommen das wird natürlich wieder zu schwer sein natürlich warum auch nicht easy verkaufen 3200 war das 3200 war das weil es mit den anderen 2 wollen wir wegen euch umgefällt haben und die jetzt einfach da rumliegen nein die müssen sich erst holen gehen und den unter der Hütte müsst ihr auch noch holen gehen ja durch den hier gerade durchfahrt ja den unter der Hütte ja den unter der Hütte weil den kriege ich nicht raus bin ich zu schwach bist du zu schwach? ich bin zu schwach yeah abheben da kommt er wieder runter von seinem hohen Ross ja komm das Baum stoppt wie das nur dort gerade an den anderen dran ja das ja du nicht so klein machen damit ich hätte ihn ja gelassen dann hätten sie ihn rausziehen können mit dem Kran ach das ist kein Schuss mehr hier ist mir ein Kran schaffen da ist mir danach naja soll ich vom Baumstamm runterfahren geht's ja dann besser nee nee bleib stehen sechs Wochen später ja ey 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 ich will dich hier nochmal umziehen ach Gott du darfst dir jetzt einkommen das ist ja richtig das Spiel aus dem wo du einen normalen Elektroshock kriegst oder so komm 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 du musst unten rassen komm 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 du musst unten rassen funktioniert der Anhänger eigentlich auch wenn ich ihn abkoppel? nein fahr mal ein Stück vor eigentlich schon boah voll realistisch ja er braucht da die